Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing des Asam Beauty Kalenders. Wenn du wissen möchtest, welche Produkte in diesem Kalender drin enthalten sind und ob die überhaupt ihren Preis wert sind, dann bleib doch einfach dran. Ich habe dieses Jahr mir gedacht, ich mache auch ein Unboxing und zwar eines ganz besonderen Kalenders, nämlich des Asam Beauty Advent Kalenders, weil ich die Produkte nämlich sehr sehr mag von Asam und ich habe mir einen Rabattcode geholt bei einem YouTuber. Das heißt, ich bin bei einem YouTuber hingegangen, der eine Produktvorstellung gemacht hat und habe dann geguckt, ob es da einen Rabattcode gibt. Diesen Rabattcode habe ich dann genutzt und dementsprechend auch Rabatt gekriegt. Der Preis für diesen Kalender, den ich bezahlt habe, war 41,18 Euro. Ich glaube, ich habe um die 9 Euro gespart, ungefähr. Deswegen mein Tipp, schaut euch die YouTuber mal an. Da gibt es verschiedene und die haben meistens auch einen Rabattcode und den würde ich auch nutzen. Ich habe leider keinen, den ich euch geben kann. Aber wir wollen jetzt nicht länger quatschen, sondern einfach loslegen. Und zwar soll da ein Wert drin sein von über 145 Euro und da sollen auch andere Marken drin sein. 24 exklusive Pflegeüberraschungen made in Germany. Ich nehme jetzt die Umverpackung weg, die Folie und die Kartonage und zur Zukunft zum Vorschein kommt mir folgendes. Und zwar kommt mir dieser schöne Kalender zum Vorschein. Ich finde den richtig toll. Also im Vergleich zu anderen Drogerie-Kalendern finde ich den richtig schön. Mal gucken, wie der Inhalt ist, aber auch so von der Optik her fände ich den schön. Und zwar kommen die in so kleinen Boxen. Also die einzelnen Türchen sind keine Türchen, sondern Boxen, die man öffnen muss. Und ich starte jetzt einfach mal mit der Box Nummer 1. So, die 1 ist hier oben und das Ganze stellen wir da mal ab. Und ich bin sehr gespannt, was da unten drin sein wird. So, das ist der Perfect Eye. Ah, ein Augenserum. Perfect Eye. Habe ich schon mal gehört, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da sind 7 Milliliter drin. Kommen wir zu Türchen Nummer 2. Und Türchen Nummer 2 befindet sich hier. Der Vorteil bei diesen Kalendern ist auch, dass man da nicht herumknibbeln muss, um die Produkte herauszuholen. Und wenn da Schere rangehen muss. Oh mein Gott. Was ist das denn? Das ist ein Döschen von dem Serum, glaube ich. Oder? Ne, Creme. Supreme Hyaluron. Supreme Hyaluron Cream. Und zwar auch von M.A. Sam. Aqua Intense. Ja, das ist versiegelt. Werde ich jetzt auch nicht öffnen. Ich denke mal, es handelt sich nicht um Full Size Größen, sondern um verschiedene Probiergrößen oder große Probiergrößen. Und ich freue mich da trotzdem. Es müssen keine Originalprodukte sein. Der Vorteil ist einfach, dass man dann die einzelnen Produkte schön austesten kann. Und wenn einem das Produkt gefällt, kann man sich dann für das Original noch entscheiden. Hier sind im Übrigen 20 Milliliter drin. Kommen wir nun zu Produkt Nummer 3. Produkt Nummer 3 ist ein etwas größeres Produkt. Und zwar haben wir eine große Dose vom Vino Gold. Wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Vino Gold straffende Körpercreme. Ja, auch versiegelt. Da sind 100 Milliliter drin. Kommen wir zu Türchen oder zur Dose. Zum Geschenk. Zum Geschenk Nummer 4. Da befindet sich eine Maske wahrscheinlich. Genau, da ist eine Maske drin. Eine Glättungsmaske. Resveratrol. Resveratrol ist auch ziemlich bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Und ja, mit Traubenköl. Trauben... Oh Gott. Mit Traubenkernöl und Squalane. Genau. Da freue ich mich auch sehr drüber. Jetzt kommen wir zu Nummer 5. Zwei Nummer 5 Türchen. Da haben wir es schon. Da ist Nummer 5 eingepackt. Und da lüften wir jetzt das Geheimnis, was da wohl drin ist. Da ist intensiv glättende Hals- und Dekolleté-Creme. Das kenne ich nicht. Auch von M.A. Samen. Jo, da sind 25 Milliliter drin. Also eigentlich kann man da die Produkte... Ich finde, da ist genug Menge drin, um eine Zeit lang zu testen und dann entscheiden zu können, ob man sich dann für eine größere Variante... entscheiden soll, ob man eine große Packung kaufen soll. Das war jetzt Nummer 5. Jetzt kommt die Nummer 6. Das ist hier unten. Nummer 6. Und in der Nummer 6. Das ist übrigens Nikolaus. Da befindet sich Vino Lift. Und zwar ist das eine spezielle Nachtpflege. Und hier sind auch... Wie viel? Ich glaube 20 Milliliter drin. Genau, 20 Milliliter. Töhrchen Nummer 7. Da ist drin... Oh! M.A. Samen Self-Tanning Drops. Das sind wahrscheinlich Tropfen fürs Gesicht. Zur Selbstbräunung. Für eine natürliche und lang anhaltende Bräune. Da sind 5 Milliliter drin. Das hört sich nicht viel an, aber man braucht halt nur ganz wenige Tropfen für das Gesicht und kommt eigentlich ziemlich lange mit aus. Nummer 8 haben wir hier. Ach ja. Oh cool. Das habe ich zwar schon in der Full-Size-Größe, aber für unterwegs finde ich das sehr praktisch. Das ist das Make-Up Magic Finish. Da habe ich übrigens auch eine Review drüber gemacht. Die ist schon etwas älter, aber immer noch aktuell kann ich euch unten gerne in die Infobox verlinken. Und ja, 10 Milliliter drin zum Austesten finde ich das prima oder aber eben zum Mitnehmen. Töhrchen Nummer 9. Ah ja. Ich mag Flora Mare sehr gerne und deswegen habe ich mir den Kalender auch geholt. M.A.SAM gefällt mir sehr gut und Flora Mare. Das ist halt jetzt von Flora Mare und zwar ist das ein Reinigungsgel. Youth Control. Wie viel sind da drin? 50 Milliliter. Nummer 10. Da ist auch eine Maske drin und zwar die Vitamin-C-Maske. Peeling-Maske. Auch sehr, sehr schön. Könnte ich noch nicht. Werde ich ausprobieren. Weiter geht's mit Geschenkverpackung Nummer 11. Da ist das Größeres drin. Von der Firma Ahuhu. Habe ich noch nie ausprobiert. Habe ich auch nie von gehört. Ah, das ist ein Shampoo. Ein Shampoo, Keratin-Shampoo. Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Oh, da freue ich mich sehr drauf, weil es halt eben ein neues Produkt ist und noch versiegelt. Hättet ihr da gerne dran geschnuppert. Es ist auf jeden Fall ein neues Produkt und da freue ich mich wirklich aufs Testen. 75 Milliliter sind drin. Nummer 12. Das ist die Retinol Intense Creme. Auch noch nie probiert, aber sehr viel von gehört. Also das ist ein Konzentrat, was man sich dann unter die normale Gesichtspflege braucht tut. Auf der Haut. In die Haut anarbeitet. Nummer 13. Das kenne ich auch noch nicht. Das ist von M.A.SAM Better Skin. Eine Tagespflege. Da sind 15 Milliliter drin. Nummer 14. Was ist das? Vitamin C Bright Augencreme. Genau, das ist eine Augencreme und hier haben wir auch von M.A.SAM die Vitamin C Peeling Maske. Das wird wohl wahrscheinlich eine Reihe sein von 15. Das ist auch was Interessantes. Und zwar ist das das 24 Stunden Collagen Lift. Ja, es ist einfach eine 24 Stunden Creme. Genau, als Pflege gedacht. Da sind auch 20 Milliliter drin. Finde ich auch ganz, ganz toll, dass es dabei ist. Nummer 16. Da ist auch wieder eine Maske drin. und zwar M.A.SAM Hyaluron Feuchtigkeitsmaske. Türchen Nummer 17. Da ist was Schweres drin. Es ist wieder ein Shampoo und zwar von Uhuhu. Peen Shampoo. Das wird meinem Mann, glaube ich, sehr gut gefallen, wenn es gut riecht. Nach Mann halt. Türchen Nummer 18. Das ist eine Handcreme von Flora Mare. Youth Control. Glätten, hydratisieren, intensiv und pflegen. So, das Ganze hat sich schon gut geleert. Jetzt sind wir angelandet bei Türchen Nummer 19. Oh, schön. Das ist ein Duschkeh von M.A.SAM und zwar Vino Gold. Ja, 100 Milliliter sind drin. Da freue ich mich auch sehr drüber. Türchen Nummer 20. Da wird wahrscheinlich auch eine Maske drin sein. Genau. Und zwar ist das die M.A.SAM Vino Gold Matcha Maske. Dann haben wir Türchen Nummer 21. Oh, das ist eine Haarbürste von der Firma Uhuhu. Nee, von Ahaha. Ahuhu. Von Ahuhu. Genau, so nennt sich die Firma. Vielleicht kennt ihr sie ja sehr gut. Ich kenne sie nicht. Ja, ne kleine Bürste. Hier haben wir Türchen Nummer 22. Und da ist eine Creme drin. Und zwar von M.A.SAM. Von welcher Firma? Youth Lift. Ist das eine Firma? Das ist eine Firma. Ah, kenne ich auch nicht. Youth Lift. Genau. Youth Lift all in one. Tagespflege, Nachtpflege. Genau. 23. Wir nähern uns schon dem Ende zu. Und zwar ist das von M.A.SAM Reser... Na, das ist ein schwieriges Wort wieder. Resveratrol Essence of Use. Das ist ein Serum. Da war noch Türchen 24. Da. 24. Was haben wir da? Oh, da freue ich mich sehr drüber. Und zwar ist das ein Lippenstift von M.A.SAM aus der Magic Finish Reihe. Das ist die Farbe Rubin Red. Genau. Farbe Rubin Red. Oh. Das ist ein wunderschönes dunkles Rot. Und passend zu Weihnachten. Also das Türchen 24 hat mich... Oh, und das ist sogar magnetisch. Oh. Also darüber freue ich mich am meisten. Cool. Ja, ich wollte mich nämlich... Vor diesem Video habe ich mich noch geschminkt. Und ich habe hier so ein rotes... So ein Blümchenkleid an. Und meistens wähle ich die Lippenstiftfarbe passend zu dem Kleid. Und ich habe mir einen... Ja, ich habe einen roten Lippenstift gesucht. Ich habe keinen einzigen roten Lippenstift. Ja, und deswegen habe ich so ein bisschen Gloss drauf getan. Und ja, hallo, hallo. Was für eine Überraschung. Ein ganz, ganz tolles Geschenk für mich. So, das war... Ja, das Unboxing des Beauty Kalenders von M.A.SAM. Oder von A.SAM Beauty. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wirklich. Also, wer einmal die Produkte ausprobieren möchte. Von der ganzen A.SAM Palette. Ja, da sind ja auch noch andere Marken drin, die unter dieser Marke laufen. Und ja, wer die einfach mal probieren möchte. Da lohnt es sich schon, diesen Kalender zu holen. Weil es einfach da viele Probiergrößen gibt. Die aber auch groß genug sind, um das eine Zeit lang testen zu können. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonnier diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Oh mein Gott. Ich muss Kante hier einräumen wieder. Ah! Ah! Vielen Dank.